Hallo erstmal, herzlich willkommen zu Projektwoche 2017. Auch dieses Jahr gab es wieder sehr viele Projekte. Wir haben die meisten davon gefilmt. Schaut sie euch nochmal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bedanken uns bei allen Lehrern für diese tollen Projekte. Nächstes Jahr wird es bestimmt genauso gut. Es war eine schöne Zeit und bis nächstes Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020